Die CD-ROM-Technologie ermöglicht eine ganz neue Art des Geschichtenerzählens. Disney präsentiert die erste interaktive CD-ROM in deutscher Sprache zu dem erfolgreichen Zeichentrickfilm Der König der Löwen. Hallihallo, herzlich willkommen im Dschungel! Seite für Seite wartet das interaktive Buch Der König der Löwen mit bunten Abenteuern auf, die Simba und seine Freunde auf eine völlig neue Weise zum Leben erwecken. Na, was darf's denn sein? Spielt mit euren Lieblingsfiguren ein Spiel. Lasst euch überraschen, was da so alles passiert. Und lernt von dem weisen alten Rafiki. Da, seht! Holt euch die Abenteuer von Simba nach Haus in euren Computer und lasst eurer Fantasie freien Lauf. Die große Kunst des Geschichtenerzählens. Präsentiert Disney nun auf CD-ROM. Disneys interaktives Buch Der König der Löwen. Demnächst im Handel, in deutscher Sprache, für euren PC. otivistik. Vielen Dank.